In der Sendung Kinowatter berichten wir unter anderem über diesen Film. Die Komödie «The Disaster Artist» begleitet James Franco und sein Bruder Dave bei der Entstehung des schlechtesten Films aller Zeiten. Du bist ein verdammter Schurken! Ich drehe den ganzen Film hier für dich, Craig! Oh, ihr machten mich alle verrückt, Lisa! Cut! Wieso sagst du Cut, Sandy? Ist cool, echte Schauspielerei! Wenn du dich noch mit dem Kleid herumregeln willst, mach das doch, bevor du dir das Hirn weggepustet hast. Ich sehe das, Sandy! Kinowatter am Donnerstagabend, um 10 ab 8 Uhr auf S1. Willkommen zu Hause!